ARD Text im Auftrag von Funk Es passiert gerade nichts besonderes Sooo Dann schauen wir mal so was wir für Auswahl haben was Stein angeht Noch ein bisschen was haben wir Ich nehme mal ein bisschen mehr mit weil ich eventuell eine Idee habe Weiß aber nicht ganz ob das so funktionieren wird Unable to locate Signet 189 1024 So keine Ahnung warum ich das vorlese ständig das ergibt irgendwie gar keinen Sinn aber Seit wann mache ich denn Dinge die sind dagegen Na Hühnchen du auch wieder hier Durch den gespenstischen Teil des Waldes laufen Abkürzung nehmen Na komm wir vermehren mal die Kühe hier noch ein bisschen Ach der Spawner ist weg kann das sein? Ist der weg der Spawner? Ich glaube der Spawner ist weg Ich bin mir dabei gar nicht so sicher Ich bin mir dabei gar nicht so sicher Und da kam dann einfach eine Fackel drauf Das ist auch kein Problem Da einer hin Da einer hin Da einer hin Und da einer hin So Hier der Baum der ist fertig soweit auch der da drüben ist fertig Und wir brauchen auf jeden Fall als erstes mal einen Ofen Die Errungenschaft habe ich natürlich erzählt Das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht Einen Ofen bei Minecraft gekürztet Das haben wir alles ohne Ofen geschafft Was auch sonst Minecraft Manchmal glaube ich so Äh ja schon verarscht Irgendwie so So Jetzt müssen wir mal schauen wie wir das machen Ich würde prinzipiell sagen der Berg hier fliegt komplett weg Weil der mir doch ein wenig useless erscheint Und darum seid ihr dich wieder noch mal schnell Wuuu 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 Werkdurchgrabung, Stilz, Unterbeweis stellen, das ist wie Meinungen untergraben, durch einen viel größeren Stil. Alles weg, alles weg, alles weg. Wollt's doch gut bauen. Wer ist die Schotter? Ich hab gedacht, die müssen wir mal reparieren. Ich möchte echt nicht, dass die kaputt geht. Da ist die mir doch ein wenig zu wertvoll dafür. Das ist jetzt natürlich ein relativ großer Dünnpfiff, dass ich hier jedes Mal ins Bett gehen muss. Deswegen tun wir uns jetzt... ...professorisch hier etwas... Achso, das war nur mein Horror. Wollt grad sagen. Sooo... 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 Tadaaa... Klappt doch super. Klappt doch super. So... Nacht überstanden und weiter geht's. Was? Lalalala... Hä? Achso. Führer doch einseitig, was in meine Richtung laufen hier. Oh, da bin ich jetzt schon so verwirrt. Ich baue die Steine mal hier mit der Behutsamkeitshacke ab. Denn somit bekommen wir natürlich mehr Steine, die wir gleich brauchen werden. Wir brennen ja schon Steine. Bringt also Vorteile. Nein, das ist nicht dein Stein. Sooo... Hier kommt die ganze Erde weg. Und hier fliegt der ganze Stein dann weg. Denn hier muss ja Wiese hin. Wiese... 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 Mir gefällt. und ganz viel stein für uns ist doch super so hier noch die letzten reste weg gleich haben wir es geschafft daraus mit gras aufhören sieht das gleich viel schöner aus wie lag das gerade so ein bisschen ist die hühnerfalle an schuldigung ob die hühnerfalle an ist das wäre natürlich jetzt mega ansonsten müsste ich eventuell das ts ausmachen auf dem ich momentan noch befinde um euch hier eine einwandfreie qualität zu liefern so moment das hier habe ich allerdings wieder nicht ich bin hier auf strahlend zum sonnenschein und trotzdem da ist hier kein sonnenschein das ist dann wieder so ein ding wo ich sage okay warum die hühnerfalle ist doch hier oben aber hier gibt es hühner und hühner bedeuten level und level brauche ich jetzt gerade weil ich bin fast wieder level 30 ja gut ein bisschen dauert es noch zu level 30 da muss man ganz kurz den teamspiegel ausmachen bis gleich so da bin ich wieder ja und läuft besser ja jetzt war ich sollte den lol recorder an der ist natürlich bisse fps fressend den brauche ich ja um die league of legends spiele aufzunehmen die ich dann verarbeite darum hat das gerade ein bisschen mehr gefressen als ich wollte so den mache ich nämlich die mache ich nämlich jetzt hier hin wir müssen theoretisch Zäune die ich nicht mehr habe hier irgendwo hin aber auch egal sooo ich habe keine ahnung warum hier so eine riesen coole ist aber ich werde sie nun schließen natürlich nicht verbettet weil das ja viel zu viel Aufwand ich mache sie nur so in zweier schichten zu weil sie können hier drunter maximal spinnen fahren und die sind mir sowieso lieber wenn sie irgendwo anders fahren als oberhalb der Oberfläche denn die kann ich nicht bleiben sooo und da haben wir wieder ein Loch in der Landschaft gestopft hat uns nur zwei minuten gekostet es geht voran immer wieder immer weiter haben wir noch ein bisschen davon ist auch nicht schlecht muss ja nicht alles grün sein mit ihr nachwachsen so lalalala das ist es ist heute samstag ich habe gestern eine große party verpennt weil ich die nacht davor unbedingt durch machen musste und dann über gegen 5 zu eingeschlafen bin ja das sind die highlights meines meiner Woche in drei tagen geht es endlich für mich wieder auf Arbeit nach über einem Monat Arbeitslosigkeit ich war nicht immer sauer ich war noch mal eine Woche im Urlaub bis da ja nach so langer Zeit wieder arbeiten ich habe so ein komisches Gefühl ich gerade so nach dem Motto so auch das ist ja das ist ja das ist ja übel krass das fühlt sich voll strange an das ist dran voll strong fühlt sich das an das ist ja ok ist auch das ja alles weg M recipes lo 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 loo lo 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 ... nein ich habe mich doch verbauen schade So, jetzt sieht es auf jeden Fall nicht mal so unnatürlich aus. Wir haben jetzt hier eine recht große Fläche, die wir verarbeiten können. Eine ziemlich große Fläche sogar. Da drüben soll dann das reinkommen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hierher baue und so richtig. Ich müsste dann Brücken oder sowas reinkommen.